Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ja, herzlich willkommen. Wir reagieren heute auf Montrage. Ich freue mich ja schon sehr darauf, was habt ihr euch gewünscht unter dem letzten Video. Ja, ich habe mir hier extra ein Video rausgesucht. Das ist etwas älter. Das ist nämlich vom 25.07.2017. Das ist aus zwei Gründen habe ich das genommen. Grund Nummer 1, ganz easy XP. Dann haben wir noch theoretisch neuere Videos, auf die wir reagieren können. Und Punkt Nummer 2, ich hoffe, dass in diesem Video etwas mehr Call of Duty drin vorkommt, weil das ist natürlich etwas besser für mich zu reagieren. Weil da weiß ich auch, worauf es ankommt, was die Leute feiern, was ihm da Unfaires widerfahren ist, weswegen er raged und deswegen freue ich mich da drauf. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es tun würdest. Dann wollte ich nochmal ganz kurze Ansage machen in dem Moment hier. Oh, guck mal, ich kann sogar live hier Werbung einblenden. Das ist ja wohl Kunst. Ich habe gestern neue Sorten Trier Plus rausgebracht. Wer das mal abchecken will, kann den Link in der Videobeschreibung oben mal ausprobieren. Auch etwas günstigere Preise und ich würde sagen, ja, dann mache ich die Werbung mal wieder weg. So, das wollte ich nur kurz erwähnen. Leute, los geht's mit Montana Black Rage Compilation. Ich freue mich extrem drauf. Ah, welche Lautstärke nehmen wir? Ja, komm, wir ballern uns schon. Let's go. Okay, das ist bisher der langweiligste Clip, den ich je gesehen habe. Ich hoffe, da kommt jetzt noch ein richtiges Feuerwerk. Der Kanal ist übrigens auf D-Crew, Leute. Das war Rage? Okay. Alter, gleich drehe ich durch. Okay, Mario Kart. Bin ich da sogar dabei? Die Geschenke, Alter, die sind die absolute Ficke. Ficke, Digga. Oh, er kriegt zwei rote. Der Glück gehabt. Der Glück gehabt. Verpisst euch, ihr Fotzen. So trocken, Digga, ich liebe es. Ist das FIFA 14? Oh ja, ist gut. Ficke, Digga, der hat mich wirklich noch verstohlen. Ficke, aber auch sehr offensiv, Monte. Achtung. Das sind Call of Duty Franzosen. Lol. Ich will so einen richtigen Hass-Rage. Ich glaube, da ist so ein richtiger Hass-Rage drin. Einer, wo man so richtig... Alter. Jetzt bin ich, der Smart bestimmt locker da. Oh, ich muss ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Bruder, Mosul hat er noch gar nicht gesagt zu der Zeit. Oh, nein! Ja, aber das ist noch... Mann! Aber da hat er ja gute Laune an dem Tag. Das sehe ich ihm an. Scheiß Franzose! Ist ja lustig, dass man einfach scheiß Franzose in dem Zusammenhang sagen kann, oh, dass einen jemand irgendwie als Nazi beschimpft. Das mache ich ja auch in jedem zweiten COD-Video. Meine Fresse, du! Gehör eines Rentners. Wo ist er die Gegner? Oh, guck, den... Von der Prezi. Jessica. Ist das dein scheiß Ernst? Hast du Bock? Oh mein Gott! Hey, das war wieder Jessica! Ah, das war auch so schlecht geäbt von mir! Er weiß es aber wenigstens. Ah, Wii U-Action macht er da. Geil. Oh, hinter dir, Montel. What the fuck? Mit einer EMP-Granate wurde alles von mir zerstört! Was ist das denn für eine scheiß Logik? Dreckslogik! Ja, das geht's ja nicht. Mit einer EMP-Granate wurde alles vernichtet von mir! What the fuck, Alter! Fuck! Uh, die Dinger, darauf komme ich nicht klar! Es ist so lächerlich! Lächerliches... Das ist richtig echter. Das ist richtiger Hass. Ja, geil. Ja! Ja! Das will ich sehen. Diesen Hass. Boah, er ist richtig sauer, Digga. Oh, scheiße! Ich hab kein Bock mehr! Ich hab nur Pilze! Die gesamte Runde bekommen! Nur scheiß Pilze! Oh, nie beiseite noch mit dir! Ja, komm schon! Ja, komm! Das will ich sehen. Mit seiner Boxer-Short! Oh, er tritt sogar nochmal nach! What the fuck! Hey! Wer zielst du halt, du dumme Sau! Das war gut. Ah, Black Ops 3. Dann dreh ich komplett durch. Hey! Hey! Hey, was war jetzt los? Ja, du packst, das packt man einfach nicht! Oh, der Stuhl ist kaputt gegangen! Aua! Oh, der Stuhl, Digga! Aua! Oh! Der Stuhl? Hey, Danny, du scheiße! Hey! Oh, je, oh, scheiße! Nein! Hey! Hey! Hey, Mann, Mann! Du scheiße! Hey, Mann, was, das ist so lemm! Vielleicht noch ne Rakete aufkramt? Komm, schon geht mir ne Rakete! Drei Pilze, Mann, kennt ihn! Damit komme ich bestimmt noch gut voran, oder? Äh! Aaaaaaah! Oh, ja! Lol! Der Urte! Du scheiße, Ballonkampf! Urte, son! Und noch, und noch, und noch mal! Er sagt einfach, Urte, son! Ich bin übrigens erst, wenn man das ist. Ich hab noch nen Pilz gesetzt. Ey, pack, Mann! Ich bin dieser, äh... Oh, oh! Geil, Mann! Das will ich sehen, Digga! Digga, er hat ihn so zerstört, weil er da einfach nicht rübergekommen ist. Hey! Also ihr könnt auch mal ne Runde ohne Blitz oder blaue auskommen. Hey! Ich sag... Mann, ey, was ist das für ne Scheiße! Drei Seite, Dorn! Fresse, Red Hat! Oh! Hey! Hey! Du! Abfall! So, ich dachte... Ey, Mann! Och, ne! Mann, Alter! Fuck off! Immer diese verfickten, drecksblauen! Ich find's scheiße, dass man die nicht ausstellen kann! Ne, er traut sich. Er hat so eine Hinterliste, die gibt's, die sind jetzt doch. Guck mal, er traut sich. Ey, Mann, Mann! Der Franzose, ich wollte gerade sagen. Der hat mich nicht mal geblendet! Ich muss jetzt zu oben, Stock, anders geht's nicht. Hey! Oh! Hey! Hey! Komm mal, wie das aussieht, Digger! Der Franzose wieder! Der hat mich nicht... Guck mal, wie es aussieht! Wir haben Last Stand League! Hahaha! Geil, Mann! Das will ich sehen, Digger! Boah, Leute, ich hab ja ein richtiges Goldstück gefunden. Guck mal, wie alt dieses Video ist von Monte, Digger! Oha, Digger! Tschüss, wann ist das? 2013, ohne Scheiß, ne? Oh Gott! Moin, moin, meine Kollektiv-Freunde und herzlich willkommen! Digger, ich wusste nicht mal, dass er so lange schon YouTube macht, ne? Ich hab ihn ja ungefähr sechs Monate später kennengelernt. Ich dachte, da hat er auch ungefähr angefangen. Crazy! Mit einer neuen Webcam, die C920 von Logitech, hab ich mir geholt, für 80 Euro, richtig fettes Ding! Das war immer früher die beste Webcam, die haben wir alle benutzt, bis wir dann irgendwann die guten Kameras benutzt haben. Und einige hatten immer noch die Webcam. Ja, moin! Könnt mir ja mal schreiben, wie ihr die Quali findet, aber ich finde sie 1A. Ich hab mal die Kamera auch ein bisschen anders positioniert, hier auf meinem Zockerplatz. Ich spiel jetzt ne Runde Stand-Off, Wettrüsten. Ich weiß noch nicht, mit welcher Waffe ich spiel. Ich denk mal, mit der MSMC. Die Dreischusswaffe, die M. Was für Wettrüsten, Digga, ich kenn den Modus noch nicht mal. Ich hoffe, er rastet jetzt aus. Los geht's! Ich find das irgendwie grad richtig sympathisch, ich weiß nicht. Ich find's auch nochmal sympathisch. Guck mal, er hat das Game-In-Game, er hat's halt auch an, damit die Leute auch alles haben, was er sagt. Dafür hatte ich immer Angst vor. Oh, das hört sich schon wieder nach Zielsucher an. Oh, gutes Aim, Digga. Ja, Mann, geil. Was ist'n das? Ja, das ist richtig echter Rage. Nice. 25 war er damals, hey, wie macht er das aus, dass er jetzt 23 ist, Romy? Ich baller auf den, der verreckt einfach nicht, ey. Ja, komm her, du Hund. Ach so, das war einer von mir. Jetzt hier einmal ist von meinem Controller abgebrochen. Na, scheiß drauf. Aber bitte, wie lässig er das gesagt hat, als ob es ganz normal wäre. Ja, du. Jetzt hier einmal ist von meinem Controller abgebrochen. Na, scheiß drauf. Geil, Mann. Meine Fresse, ey. Das Spiel. Deswegen spiele ich eigentlich nur noch Suchen und Zerstören. Ansonsten kriege ich, kriege ich Herrn Ausschlag. Guck dir den an, hier, Miss Blondie. War klar, war klar. Mit Zielsucher, wie soll's auch anders sein. Normalerweise würde ich... Was mich gerade interessiert ist, warum ist das Video nur 3 Minuten 52? Ich hoffe, dass er richtig ausschlüpft und das Video einfach beendet am Ende. Jetzt rausgehen. Auch hier Vorräte, danke, das ist aber nett. Wahrscheinlich eine Kiste, die... Oh, nice. War es Zielsucher? Jawohl. Wie zum, ich mit nochem Zielsucher... Oh, meine Fresse, Alter. Ich hab schon gar keinen Bock mehr auf das Spiel. Richtig. Oh, eine Drohne. Da war das Spiel erst vier Monate alt. Sechs Monate alt. Oh Gott, das ist so süß. Ey, super. Wie süß Monta da ist. Wie irgendwie streicheln. Das MG schon, dann krieg ich Kretze. Hier, ich sag mal die Waffe auf. Hier, guck mal. Kann man damit spielen, jetzt mal ernsthaft, ey? Ich glaube, er wird gleich noch einmal sterben und dann ist das Video einfach zu Ende. Ah, der verreckt wieder nicht. Und da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Noch ein Zielsucher hier, achtet drauf. Ey. Zielsucher... Wie soll man da noch Spaß am Spiel haben, wenn du ständig... Oh, das Video geht noch 40 Sekunden. ... den Zielsucher weggeholt wirst. Aber zum Kotzen ist das, ey. Der eine kämpft wieder oben im Haus. Ist rausgesprungen. Wo ist denn der Hund? Guck mal, wie er kämpft. Oh, nee. Sorry, ey. Ist einfach vorbei jetzt. Und Armblack in Rage, da hat er keinen Bock mehr drauf. Ey, nur Zielsucher, Camper, Messerhaft. Das Video ist einfach vorbei. Ey, da bin ich raus. Das ist das, was ich daran gerade feiere. Dass er das Video dann auch einfach... Weil er hat sich dann gedacht, scheiß drauf, das Video ist dann auch einfach mal zu Ende. Mann, ey! Wie der mich immer wässert! Verwehrt, verwehrt, verwehrt. Mann! Ein kleiner, dreckiger! Den holen wir uns jetzt. Soll er mir ruhig was klauen? Den holen wir uns jetzt! Ha! Was ist da los? Oh mein Gott, dieser Spot erinnert mich an einen so krassen, oh mein Gott, an ein so krasses Video. Bitte, ich weiß, es wird keiner von euch kennen. Wenn es einer von euch kennt, kommentiert das, was ich euch jetzt zeige. Das ist für mich Call of Duty YouTube Geschichte. Das war genau auch an diesem Spot. Einen Moment. Okay, die Story dazu ist, die beiden haben eine Wette gemacht, Solution ist beteiligt. Mit dem YouTuber PuttPutt. Leute, ihr müsst jetzt dranbleiben, wirklich, das ist geil. Die haben eine Wette gemacht, wer von den beiden, ihr seht, das ist der selbe Spot wie bei Monte, schafft zuerst die Nuke. Und Danny schießt hinter ihm rum und er stirbt. Und jetzt bitte achtet, wie Danny Lachflash hat. Ich liebe das, über alles. Mit Krieger und so noch im Skype. Bestes. Genau, jetzt ist Chopper Gunner und jetzt schießt er hinter ihm rum und jetzt stirbt er deswegen. Jetzt hört mal bitte. Zeit hier, wie die nette Kackböde. Ich freue mich so heftig drauf. Ich freue mich so krass drauf. Digger, wie alt bin ich? Dieses Video ist vom 3.7.2012 und ich hab's am Uploadtag geguckt. Ey, du hast eh gar nicht genug, Mann. Er ist jetzt zwei vor oder so. Äh, ja, da bin ich gut. Nein, kass nicht. So und jetzt. Ah, ich muss es mich, ich muss es genießen. Wir sind wieder zwei Kills. Jetzt schießt er eben, guck auf den Minimap, also seht ihr nicht, aber er schießt, also Solution schießt er eben rum. Hier sagt er, hier kommt er. Hier kommt er. Oh, 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 oh. Nein! Aber wie Danny Lacht, also. Abrollen. Digger, das ist so gut, ohne Witz. Ja. Ich feier das so heftig, Digger. Es ist ja einfach nur Freud. Ah, shit, Mann. Danke für diesen Moment, Digger. Oh, geil. Ah. Ja, Leute. Ich glaube, wir haben uns heute einiges an Rage reingezogen. Von Monte und Solution. Jetzt am Ende auch ein bisschen Lachflash, Alter. Zu nice, Mann. Danke fürs dabei sein. Lasst auf jeden Fall gerne einen Like. Da würde ich mich freuen. Checkt die letzten Videos gerne ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dahin. Und ciao.